Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, ist bei mir. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Grüße Sie, hallo. Ja, aktuell wird heiß diskutiert, wer verantwortlich ist für den Aufstieg der AfD. Die Ampel und die Union ringen da vor allem miteinander. Die Frage ist aber auch, wie viel Verantwortung trägt Ihre Partei? Also erstens glaube ich schon, dass Ampel und Union eine Verantwortung haben. Das hat mit der aktuellen Politik der Bundesregierung zu tun. Und natürlich ist das Ergebnis und der Aufstieg der AfD auch das Ergebnis vergangener Politik. Aber ganz klar und ohne Wenn und Aber, auch die Linke trägt natürlich eine Mitverantwortung. Wir waren gerade in den neuen Ländern faktisch Volkspartei, waren teilweise auch in Ländern sogar stärkste Partei. Das haben wir verloren und da müssen wir schon uns Fragen stellen. Einiges ist objektiv, da kann man auch kaum Veränderungen durchführen. Also ich sage mal, die Tatsache, dass wir in Regierungsverantwortung in Bundesländern waren und sind, trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass wir erste Adresse von Protest sind. Und all diejenigen, die vor allen Dingen protestieren wollen gegen Berlin und Brüssel, die sind jetzt häufig bei der AfD. Aber es ist Aufgabe, auch unsere Aufgabe, die AfD wieder zurückzudrängen. Denn das ist in der Substanz eine undemokratische Partei. Egal, wie man jetzt den Einzelnen bewertet. Ich kann die AfD an ihrem praktischen Agieren im Deutschen Bundestag und auch im Landtag Mecklenburg-Vorpommern etwas beurteilen. Und da ist ziemlich wenig Substanz. Sie haben es gerade gesagt, Proteste war auch oft ein Wählergrund für Ihre Partei. Wenn jetzt Protest aktuell bei den großen Themen Klima, sehen wir das Gendern, der Krieg in der Ukraine. Müssen Sie da Ihre eigenen Inhalte mehr anpassen oder glauben Sie, der richtige Weg ist, jetzt erst recht standhaft zu bleiben? In einigen Fragen glaube ich schon, dass es um Standhaftigkeit geht. Wenn ich mir zum Beispiel das Thema Migration anschaue, da geht es auch um Standhaftigkeit. Aber vor allen Dingen muss deutlich werden, dass wir die Opposition sind. Wir haben von den Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag auf der Bundesebene erhalten. Über zwei Millionen haben gesagt, ihr sollt die soziale Opposition sein. Und wenn wir uns das Heizungsgesetz anschauen, ist natürlich ein großer Mangel, dass genau diese soziale Ausgleichskomponente bei Robert Habeck faktisch nicht vorkam. Es wurde allgemein postuliert und das geht nicht. Wenn wir uns anschauen, wie die Inflation in Deutschland ist, was dagegen getan wird, dann ist das ein Riesenproblem. Deshalb, es geht nicht zuallererst darum, dass wir jetzt Inhalte korrigieren müssten, sondern es muss darum gehen, dass wir präsenter sind und dass wir vor allen Dingen das, was uns derzeit auszeichnet, dass wir vor allen Dingen durch interne Auseinandersetzungen auffallen, dass das möglichst beendet wird. Es ist ganz klar, Parteien, die zerstritten sind, werden nicht gewählt. Das ist eine Binsenweisheit und diese sollten wir alle zu Herzen nehmen. Dann schauen wir einmal auf diese internen Diskussionen. Die sollten jetzt beendet werden, dadurch, dass Sie Ihre Partei und auch Sie sich dafür ausgesprochen haben, dass Sarah Wagenknecht ihr Mandat niederlegen muss. Sie spielt ja immer wieder auch ganz offiziell mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen. Das geht so nicht, heißt es. Funktioniert die Linke aber ohne Sarah Wagenknecht, die ja wirklich eine der schillerndsten Figuren Ihrer Partei, der bekanntesten Figuren ist? Aber sind Sie da, will ich gar nicht auf Personen so abheben. Wenn das wirklich nur an Personen liegen würde, dann wäre es schlimm. Ich habe Sarah Wagenknecht nie zur Niederlegung des Mandates aufgefordert, das werde ich auch nicht tun. Und sie hat auch klar gesagt, dass sie das nicht tun wird. Ich möchte, dass wir nicht die Dinge, wo es unterschiedliche Sichten gibt, die gibt es sehr wohl. Da entscheiden dann die Gremien, respektive auch Parteitage. Aber dann muss es darum gehen, dies in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht die Unterschiede zu betonen. Und deshalb, ich sage ganz klar, ich bin Fraktionsvorsitzender und möchte, dass die Fraktion als gemeinsame Einheit erhalten bleibt und ihre Aufgabe im Parlament wahrnimmt. Und die Dinge, wo es unterschiedliche Sichten gibt, die gibt es ja, das ist ja offensichtlich. Das ist auch gar nicht das Problem. Wir waren immer eine pluralistische Partei, alles andere. Ich war mal eine anderen. Das ist ganz schlimm und wo das hinführt, haben wir gesehen. Deshalb werbe ich dafür, dass wir da einmal schauen, was in anderen Ländern läuft, wenn Linke sich spalten oder abspalten. Italien ist ein wunderbares Beispiel. Vier linke Parteien, alle bedeutungslos. In Spanien sehen wir jetzt, wo das hinführt. Es kann sein, dass die Regierung Sanchez nach der Wahl nicht mehr im Amt ist, auch wegen der Linken oder mit Verantwortung auch von Linken. Das alles sind doch Dinge, wo wir ableiten sollten. Lasst uns bitte zur Politik zurückkommen. Die Ampel bietet so viele Angriffsmöglichkeiten. Ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden, was dort an Politik meines Erachtens falsch gemacht wird. Und wo wir Menschen verlieren, wo sozialer Ausgleich verloren geht, wo wir auch das Mittelmeer zum Massengrab machen, wo wir meines Erachtens beim Ukraine-Krieg nicht klug agieren. Das sind alles Dinge, wo linke Positionen gefragt sind und wo ich mir wünsche, dass wir gemeinsam agieren. Das wird zumindest mein Bestreben bleiben. Dietmar Barsch, vielen herzlichen Dank für diese Zeit. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen.